Wir wissen, was drin steckt. Sie auch? Wir sorgen dafür, dass im Honig mit dem Qualitätszeichen Südtirol auch wirklich Südtirol drin steckt und dass die strengen Qualitätskriterien eingehalten werden. Dafür gibt es eine unabhängige Kontrollstelle, die Betriebe und Produkte regelmäßig prüft. Südtiroler Bienen sammeln Nektar im Tal und auch auf den Almen. Die große Zahl unterschiedlicher Pflanzen bringt vielfältige Aromen und damit die große Vielfalt an Honigsorten hervor. Vom hellen, aromatischen Blütenhonig bis zum dunklen, würzigen Waldhonig. Honig ist ein reines Naturprodukt, naturbelassen und frei von Zusatzstoffen. Er wird nicht erhitzt, weshalb er nach einiger Zeit kristallisiert. Im Wasserbad bei maximal 40 Grad verflüssigt er sich wieder. Wir wissen, was drin steckt. Qualitätszeichen Südtirol. Garantierte Herkunft und geprüfte Qualität.